Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends Version 2.03. Mit dabei ist der Kill Bill. Hallihallo, Hallüder. Und mit dabei ist die Mary. Hallo. Und die Mary hat hier Fußboden entdeckt. Genau. Cool. Und dann geht's auch gleich weiter. Fürs ist es. Genau, geht aber. Hoffen wir, dass es weitergeht. Genau. Weil hier sind nämlich Fußboden. Und jetzt sollte jemand rücken. Ja. Mhm. Auf zu den Fußspuren. Fußboden. Wo sind sie hin? Ich sehe keine Fußspuren. Die sind nach rechts. Die Mary ist nach rechts gelaufen. Also sie sind monster. Wow. Nein, das arme Schanera. Nein, das ist doch Wommergum. Ja, das sieht aber aus wie ein blaues Schanera. Elektra. Ich bin der fiese, fiese, komische Typ. Alter, ich hau euch voll eine rein, man. Hey, lass Elektra an Ruhe. Ich versteh dich nicht. Ich denke, wer... Mach mal deinen Mund auf, wenn du sprichst. Ich glaub, der sagt gar nichts. Der guckt bloß. Er ist verschwunden. Etwas stimmt nicht mit Elektra. Seid vorsichtig. Ich muss ein bisschen elektra erstmal voll einer reinhauen. Oh mein Gott, was gibt es. Haben wir noch eine Zauber, dann halt klein draus. Ja, mach mal. was wird das hilft gegen gegen fliegende viecher da er dann wird es in dem alles müssen mal raus schießpulver 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 weg mit dem trägt boom 108 hat für ein hauen wo gucken wird hier ist mir zu machen auf den zehn das ist die mit das Ding der Miet Ruhe traurig wurde für das Wort auf 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 schlafen oder verletzt doch wieder nutzen ja ich werde ich sowas von die Belsen das wollen wir so was wird schießpulver ist doch von der Kanonus hier ja genau das von der ich bin ich nicht mal ich ja ich bin ich steuere gerade mary ich bin mary mit staub raus und dann geht es mal so was kann man dann noch mit bist du raus okay ich bin wieder ich ja ich bin gleich mit mary kann wieder rein abwehrschwächter der claudio mich wüsste auf den augen kleinen die die schützt sich gerade die japanischen wirklich 10 kauf aber aber eigentlich heißt auch zehn kerr dann und das kommt also zehn jahre ein scheiß zentrum heißt hochkummer und jetzt über das ich sag mal mehr warum kannst du nicht zaubern ich würde ich mich nicht bewegen kann während die mich hochhebt bekomme ich einfach einen anderen charakter das ist aber geil total geil hat level 10 das nützt nichts hier schrumpfen und so nix macht man doch kannst du kein geist oder nein geht nichts an die münze die münze einsetzen noch ja die 30 macht die 30 ach so der last nieder lassen zu spät dann hätten auch bei den nächsten gemacht oder ach scheiß voll der boom komm rauf anhalten aus amerikanischen zaubern er war doch gerade ich ich werde es immer auch ich kann ja ich bin immer noch so jetzt turbo antrieb überschall müssen wir uns auf unsere hp gucken habe ich das gefühl und 30 ich mal na meinst du das bringt 100 oder so ja klar ist doch cool ok 100 aber aber noch nicht haben woher genau woher mehr um mich hat voll platt gemacht wenn ich mehr umgestallt habe da ist ein stich gebracht zehn Wenn du sagst, wirst du ein bisschen in! Ja, hüpf, 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 sieg! Hüpf, hüpf, sieg unter Niederlage! Oh, level up, level up! Jetzt mach ich aber auch Vitality, kannst du auch wissen. Vitality! So, kannst du jetzt aufhören mitspringen, Mann! So, warte mal! Mary muss raus! So? Jetzt kannst du wieder rein! Unglaublich! Elektra, hallo! Oh, verzeihung! Alles in Ordnung! Elektra, halte durch! Ich drehe mich im Kreis und vormande dich! Sie können sie heilen, aber unten nicht! Ach, 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 ach! Echt mal! Puh, ich bin gerettet! Wer war denn dieser Ritter? Ich weiß es nicht! Ich war beschäftigt, als der mich angegriffen! Sehr beschäftigt! Er nahm mir meine Kraft und beschwor mit dir Zenger! Der Zenger! Da ist auch Zenger! Ja, ist ja in Ordnung! Hat er es auch auf die Acht-Mahner-Steine abgesehen? Elektra, wir möchten sich um einen Gefallen bitten! Schließt du dich uns an? Soll das ein Scherz sein? Ihr habt mein Leben gerettet! Ich mache alles, was ihr wollt! Perfekt! So wollte ich das hören! Huh! Äh, Kibbel? Ja? Mir fällt jetzt gerade ein, wie kannst du während des Kampfes nachgucken, wie der Gegner eigentlich geschrieben wird? Weil ich hier zwei Fenster auf hab! Ha! Ein Fenster hat einen Browser auf und ein Fenster hat... Und ich hab immer einen extra Browser auf! Zur Zeit hab ich immer die japanische Seite davon... Bist du voll Multitasking, ja? Elektra hat sich angeschließt! Juhuuu! Angeschießt! Elektra! Elektra! Das war mit Absicht, man! Elektra hat sich angeschließt! Heißt, angeschlossen? Auch nicht gut! Schnell weg! Jetzt kann man gucken, ob der immer noch die stellt! Nein, der soll nicht aufmachen! Er soll die stellen! Oh, versuche den Klassenwechsel durchzuführen! Ich mach mal Klassen! Schließt deine auch! Konzentriere dich! Juhu! 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 Ich geh schon mal Richtung Speichern! Ja und lass uns die Rennen hin, am besten! Ich kann auch nicht rennen, ich bin ein armes kleines Schwein! Oh mein Gott! Das hat sich richtig gelohnt! die Hand vor allem die MP Samarki will wir müssen eigentlich auch mal zu kommen können wozu hätten wir sonst MP ja wir können zwar theoretisch auch und ja und ja das gilt für die Zeit aus dem und jetzt einmal wieder zusammen ob wir in der Umgebung und Kielbild und sich gleich viel angenehmer Nein, Quatsch. So, müssen wir jetzt lang? Jetzt rechts, Jörg. Rechts, Jörg. Rechts, um. Und drück mal, dass ich drücke. Wenn du mich nicht runterlässt, dann kann ich auch drunter bleiben. Zum Beispiel. Drücke einen Knopf. Drücke einen Knopf. Drücke den Knopf an. Drücke einen Knopf. Nee. Batschabam. 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 Ich hab das Gefühl, ich will ja überall nur nicht zu vergeben. Uh, Mary. Mary, I marry you. Ich nehm mal, ich glaub, 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 ich war ein Zauberthausch. Einmal dass du dich in die Tür ist mit den Mary You. Ich habe einen Zufall. Das heißt, ich hab' dich. das ist auch das Gefühl geht nicht weiter dann aber im Rest geht sie raus dann muss man hier hoch dann muss es so sein die Unendlich sind wir müssen zu den Blumen und wir müssen zu den Blumen wir müssen zu den Blumen die Blumen die Blumen wir sind immer gegen Blumen ja, das ist ein Blumen Knickerbän Knickerbän Guck, jetzt ist hier oben immer so hochgegangen Sie ist das? Stimmt und da kommen wir jetzt recht auf Haar vorbei, du Trottel Lu 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 Es hat was genützt, die Agilität Ja, du bist Verdammt Rausch wir haben uns verlaufen Nein, nicht ganz wir sind ein Schuss jetzt korrekt Wounder Zombies ich brauche eine Schrotflinte ich habe eine Schwäche der Zombies entdeckt sie sind empfindlich gegen Kopf abhauen das war die Schwäche das war die Schwäche eine Schwäche zeigen auch wenn wir kommen müssen nein, das war irgendwie bei den Simpsons da gab es so eine Halloween Folge, wo die alle Zombies werden glaubt das wäre zu den Euro du in Wagen oder zu verleihen wir müssen runter wir müssen runter wir müssen runter wir müssen runter wir müssen zu den Blumenfeld das war doch genau das war uns eine Etage oder zwei ok das war ein voll special 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 die Nadelfögel sind voll knuffig irgendwie die Nadelfögel wie heißt was heißt die so ja das stand doch da Nadelfögel 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 was sind das für eine Bezeichnung oh das passt doch ja die sind total spitz kann man alles so spitzig ne die Nadelfögel auch schon bei Ziegler 1 weiß ich ne keine Ahnung müsste man nachschauen müsste man nachschauen aber wenn du so nach 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 echten Tierbezeichnungen suchen würdest nein dann sieht er aus wie der Nasendoktorfisch es ist das der Nasendoktorvogel hm ist klar oh Karnsichel oh das sieht richtig awesome aus oh ich hab das special hm Spezial Spezial los speichern wir haben ja ausgemacht wir speichern jetzt überall wo man nur speichern kann ja genau das klang und die schon so und das klingt sehr mutig mhm wie gut wie sagt ich bin mutig aber vorsichtig zack 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 ich kenne den nicht hier guck mal das ist er leiser willkommen zurück habt ihr mit Don Perignon gesprochen ja der hat voll komisch geredet so ganz komisch wie ja schaut was wirst du tun oh mein Gott was werde ich tun was werde ich tun nimm das Bombo nimm das Bombo 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 ich werde alle schrumpeln das ist auch gut tja macht's gut ich wollte alles schrumpeln ich wollte alles schrumpeln nochmal was wirst du tun nimmst du die unglaubliche Macht der Fee da 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 guck mal ich bin ein dickes Vieh mhm alles hey sie hat nur große Knochen alles klar überlasst das nur mir irgendwie hängt mich das an irgendeinem anderen Charakter aus dem Anime Manga oder irgend so was keine Ahnung seht nur es ist wunderschön ein Fehlersturm das waren sakuras ganz viele kleine sakuras hm geil Wer ist jetzt schon wieder rausgeflogen? Keiner. Geht weiter. Das ist drauf. Oh, guck mal. Die Kirschblüten haben sie alle eingeschläfert. Was auch da ist in Time? Time sagt gleich so weit. In den Fässern befinden sich einige Vorräte. Nehmt sie euch aus. Oh, perfekt. Wir nehmen uns die Fässer mit. Gib mir die Fässer her. Du kannst davon nichts mehr sagen. Bum, bum. Bum, bum. Lebenswasser. Wir haben Lebenswasser. Tja, Freunde. Wie es hier weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Wenn es wieder heißt, Let's Play Secret of Mana 2, den deutschen Übersetzungen von den G-Trans. Oh, yeah. Was geht? Oh, yeah. Guck mal, da oben rechts und oben oder oben links. Da die Blume, die wackelt voll witzig. Ich bin eine Blume, ich bin eine Blume. Tja, also sehen wir uns dann im nächsten Part, wenn es wieder herrscht. Ich wiederhole mich noch zum dritten Mal im Internet-Scanner-Bohnen. Macht's gut, bis dahin und tschau-sen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.